Der nächste Kanal Gut, ich würde sagen, wir tun das, was wir am schlechtesten können Hey, Baby! Alright, Guys! Let's beginn! Heute ist endlich wieder so weit Heute kommt eine neue Episode von Sascha liest Kommentare Das heißt, ich war mal wieder unter meinen Videos unterwegs Um zu schauen, was meine geliebte Community so für mich dagelassen hat Und was soll ich euch sagen? Ganz großer Müll Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf das heutige Video Auf die Kommentare Hier schon mal wieder krass, wie Sascha die Community am beleidigen ist Auf unsere gemeinsame Zeit Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit Alter Inscope, endlich wieder Reaktions Jo, deine, ja? Der Top-Kommentar von der letzten Episode Let's go! Kippen wieder verfügbar Ich bin stolzer Nichtraucher Seit zwei Stunden Wer ist für eine Folge? Ach, Sascha Meine Güte, meine Güte Sascha liest seine Insta-DM's Matisus, schön, dass du fragst Witzigerweise hatten wir die Frage schon mal vor paar Jahren Und überraschenderweise ist meine Antwort immer noch dieselbe Nein! Julian Perchene Ey, also ich muss wirklich sagen Sascha seine Instagram-DM's würde ich schon tatsächlich mal feiern Vor allem, wenn sich mal die eine oder andere Dame auch da reinbegeben würde Um zu sehen, wie Sascha mit so einer extrem intensiven Anmache umgehen würde Wie heißt der krasse Duft von Ron? Ein Fragezeichen Der gleiche Typ Vier Sekunden später Wie heißt der krasse Duft von Ron? Mit zwei Fragezeichen Williams, rechtes Ei, mein Lieber Hast du irgendwie das Gefühl für Zeit- und Raumkontinuum wirklich völlig verloren? Denkst du, ich kann deine Frage hier bingen, sag ich mal, Millisekunden schnelle beantworten? Wie wäre es, wenn du jetzt einfach nochmal vier, fünfmal die Message hinterher ballerst Und noch ein paar Fragezeichen dran zwirbelst? Der krasse Duft von Ron Welchen meint er? Ah, ich weiß, welchen du meinst Den, wo er in L.A. hatte Das war ein Duft von Louboutin, aber ich weiß leider nicht, wie er heißt Nick, vor zehn Tagen Zwei Euro Man kann mittlerweile Geld unter Videos spenden? Sascha, ich liebe dich Danke für das Meisterwerk Es freut mich gleichzeitig, mit dir am Leben zu sein Lieber Julian Danke für die Zwei-Euro-Donation Man kann Geld spenden unter Videos Und ich wusste das nicht Und ich darf nicht regelmäßig Videos hoch Ich darf jetzt hoch, bis zu meinem Lebensende Ohne zu sagen, hat die Funktion hier Die Gute Digger, was? What the hell? Oh my god Als ob man Geld unter Videos spenden kann Holy shit, dog Five Euros Alles klar Leute Ich habe ein neues Wie kann man das wieder zurückziehen? Digger Feier ich Feier ich Feier ich Kann man wirklich Geld Donaten unter den Videos? Thanks Guys Heiß Es geht tatsächlich Es geht tatsächlich Ich werde das jetzt mal ganz kurz machen Ich brauche dafür aber ganz kurz Privatsphäre Weil ich kann euch jetzt Ja nicht Wer ist jetzt nicht so schlau von mir Würde ich jetzt meine Kritik Hau beim Hauch Wartet Ich habe es gleich Oh ich freue mich so Auf den Kommentar Den ich gleich Gleich mit Geld verfassen werde Okay Ich habe es gekauft Wartet kurz Ja oha Digger Warum übertreibt ihr jetzt so mit Sicherheitscode bei einer 10 Euro Bestellung Bitte beruhigt euch wieder Ja okay schön Jetzt habe ich hier irgendeine geile Animation Warum kommt denn nur Thanks Wieso kommt Thanks Edit Okay jetzt Was soll ich schreiben? Komm ich schreibe What the hell? Oh my god No way Way Digga Dieses Business Modell Müssen wir Nach oben Skalieren LG LG Alles klar Dann würde ich mal sagen Haben wir hier offiziell Unser Business Modell Unter Sascha seinem Video Vertikalisiert So drei Replies Junge was für Thanks Kommt sie leine Moin Meister Danke dass ich so eine Arschgeile Community Haben darf wie euch Digger Ihr seid wirklich die allerbesten Ey man kann wirklich Geld Unter einem Video spenden Leute Bald geht es raus Aus der Insolvenz Wieso nicht 100 Euro Ja wie gesagt halt Es ist noch nicht möglich Es freut mich gleichzeitig Mit dir am Leben zu sein Lieber Julian Danke für die 2 Euro Man kann Geld spenden Unter Videos Und ich wusste das nicht Glaub mir das Format Der dümmste Kommentar Wird zusammen mal wieder Ganz krass aufleben Und ich lade nicht Regelmäßig Videos hoch Ich lade jetzt hoch Bis zu meinem Lebensende Oder solange halt die Funktion geht Die guten alten Umschreiben Videos Mit Niko waren Legendär Nein Nein Sascha und Jens Für den Cut Sollte ich mich da hinsetzen Für den Cut Warte Muss tatsächlich sagen Manchmal wenn ich mich selber sehe Mit dieser Sonnenbrille Und dieser Frisur Dann muss ich wirklich schon sagen Alles richtig gemacht Dinger Nein Sascha und Jens Finde es super Dass ihr uns alle Tage Den Tag mit euren Top Videos Versüßt In Klammer Jens Lass bitte meine Familie Aus dem Keller Just Bone mein Bester Erstmal Kein Problem Machen wir doch gerne Geiler Witz Digga Und zweitens Ich glaube Jens Hat keinen Keller Was für Keller Was für deine Familie Was weiß ich Ich hab nur eine Garage Ich hab keinen Keller Just Bone Wo ist deine Familie Digga Bitte mehr mit Jens Das ist die Kombi Die wir gebraucht haben Ohne dass wir es wussten Affiger Albert Ich lad mit Jens Videos hoch Ich glaub seit 5 Jahren Wo warst du denn da Sascha Basti Äh okay Guys I'm a little bit overwhelmed Let's say it like that Marc Eggers hat an der Arschritze von Opa Hansen geschnüffelt Basti Hamburg Vielen Dank für dein Feedback auf die aktuelle Reaktion Das ist ein sehr sehr produktiver und auch wirklich konstruktiver Kommentar für das was hier gerade passiert Ich danke dir auf jeden Fall für dein Feedback und ich werde probieren genauso weiterzumachen Sieht einfach aus wie vor 10 Jahre Keine Veränderung Ich sehe nicht mehr aus wie vor 10 Jahren Ich bin mittlerweile auch leicht in die Jahre gekommen und was soll ich euch sagen Vor 10 Jahren sah ich so aus Ja ich schwöre genau gleich Ehrlich Bro ich schwöre Sascha hat sich kaum verändert Also wenn man jetzt mal bei mir guckt Ich bin ja wesentlich attraktiver geworden Attraktiver Vornehmer Reifer Sascha einfach gleich Digger Junge Alter wie krass kann man aussehen Dass man gerade aufgewacht ist Ey man kann nicht krasser so aussehen Als wenn man gerade aufgewacht Als er in diesem Moment Geht nicht Mehr geht nicht Geht nicht Auf zu schreiben Aber heute besser oder Junge ey Sascha Als er damals immer nicht gelacht hat Das war einfach so geil Digger Nein Naja war auch nur eine Scherzfrage Freue mich schon auf die nächste einjährige Pause Danke Sascha Comicbrick Meine nächste Pause wird nicht ein Jahr lang sein Weil ich mach Pausen nur exponentiell Sascha Der war nicht schlecht Der war nicht schlecht Boah Digger diese Musik Digger Schrancet in Wer schaut das Video mit Boxen Danke Spenni fürs schneiden des Videos Verdienst mehr Lob Danke Diggi Weiß ich wirklich sehr zu schätzen Das Video was du meinst Aber hab ich geschnitten Diggi gönne doch einmal Nein Ist schon wieder ein Jahr vorbei Krass geht die Zeit schnell um Der Umfang an Videos Sind fast die Ausmaße von Saschas Bizeps an Bro Bitte komm einfach mit trainieren Ehrlich Ich bin's Tim Endlich wieder solche Formate Boah Digger diese Bilder von Tim damals Stylus Du hast Tügel bezogen Zurück zur Basis mit dir Smart Moves You were stylus Danke Sascha Jetzt ist mein Tag doch noch versaut worden Baldscher Kanal Mega wollen die Leute mich eigentlich komplett verarschen Ich werde schon die ganze Zeit auf meinem eigenen Channel mit der Rotze Folge Man kann auch nichts anderes Also der Typ ist mir einfach zu aufgedreht Diese aufgesetzte Art Hey Lyrics mein Lieber Danke dir für dein Abo Mega Geil Erster Monat Super geil was ich erwartet Ganz ganz toller schöner Content Und wirklich mega ruhig Entspannt und so Wir sind eben alle ganz lieb und nett zueinander Hey ähm Helium Ballon Hi grüß dich mein Lieber Alles andere als Respekt dafür haben Dass es so viel Zeit und Mühe in seine Videos steckt Zu Diggi ich bin Mensch Damit wir diesen wöchentlichen regelmäßigen Content genießen können Danke Sascha Der Gamer Guy Und darüber hinaus Ihr alle Nicht ihr müsst mir danken Sondern ich euch Für meine neue Reuss denn schon wieder All of a sudden Holy shit All of a sudden This guy is flexing out of nowhere guys Ich bin so Sieht das so aus Als hätte ich keine Hose an Digga hä Bro Also ich hab ne Hose an Aber Lass dich mal ein bisschen tiefer sinken Weil das sah gerade extrem weird aus Dass aus dieser kurzer Hand Dieser Kamera Ausschnitt Plötzlich ein ganz anderes Bild von mir abgeworfen hat Digga Sonntag Mann Ich hab echt keinen Überblick mehr Luca Natürlich ist Sonntag Welcher Wochentag soll sonst sein Sag schon in der Zukunft Bitte hab nicht wieder ein zu großes Maul gehabt Bitte hab rechtzeitig angefangen zu schneiden Oh yes buddy This guy is flexing Seht ihr den geilen Hut Die Sonnenbrille Das sehr verswagte Hemd mit der sehr verswagten Hose Wenn Sascha wirklich so in den Urlaub geht Man würde das nicht erkennen Dass das Sascha ist Man würde denken Irgend so ein verrückter Künstler Danke Sascha Weißt du was auch richtig gut ab Weißt du wo man gute Badehosen kaufen kann Mein Lieber Ausrufezeichen Ola Kalein Den Chat Ablenkt Das Terminal High Altitude Area Defense Raketenablässsystem Von dem Hersteller Lockheed Martin In den USA Mit einem Gefechtsgewicht Von 907 Krass Wo ich Sascha angefangen habe Zu gucken Habe ich mir nicht vorstellen können Dass er jemals eine Freundin haben wird Warum Und hier sind wir Ja hier sind wir Und hier bin ich Aber woher kommt der Kommentar Dass du niemals dachtest Dass ich eine Freundin haben kann Liegt es an mir Dachtest du ich stehe auf Bordsteine Nichts gegen Leute Die auf Bordsteine stehen Ehrlich Nichts gegen die Natürlich habe ich eine Freundin Das ist auch gar nicht so schwer Eine zu bekommen Das einzige was man dafür machen muss Das ist nur Kommunikativ sein Respekt haben Kein Mundgeruch haben Angenehmes Parfüm tragen Gemachte Haare haben Ansonsten so wie ich All in of Caps gehen Trainiert sein Hobbys haben Vielleicht auch ein paar Außerhalb vom PC In Klammer Haus Hunde mögen Katzen mögen Humor haben Und falls alles nicht auf dich zutrifft Wieso Hunde mögen ich? Also klar ich mag Hunde Aber warum bin ich da jetzt Prädestiniertes Beispiel dafür Hunde mögen Nikolas Was bin ich jetzt Der Das Aushängeschild Für Hunde mögen? Ach nein Bootser Bitte nicht jetzt Schon im Chat Bitte nicht jetzt Bitte geh nochmal Komm später wieder Werden dann Katzen eingeblendet Also auf gut Deutsch Ich mag Hund Oh Achso Jetzt hab ich's verstanden Geld haben So schwer ist es doch gar nicht Ich hätte mir literarisch Keinen besseren Markenbotschafter Dieser Mixer hat mich einfach Der hat mich einfach verarscht Und ich hab's gar nicht verstanden Weil ich wahrscheinlich Sehr sehr dumm bin Lidl vorstellen können Als Sascha Wo bin ich Markenbotschafter? Bro ich würde Die Dinger mit dem Hut Und der Dings Ist einfach swagged out Bro Das Kerl ist swagged out Man Markenbotschafter Find's einfach mega Dass die traditionelle Vierer-Crew Bis heute existiert Und Content droppt Die Fantastischen Vier Ich find's übel scheiße Komplette Ratzidee Ich find's auch mega scheiße Also ich feier's Das ist eigentlich so krass Egal wie inaktiv der Junge ist Ein neues Video Wird mir immer Innerhalb der ersten 24 Stunden Ganz oben angezeigt Und das komplett ohne Glocke Ohne Glocke Dodo Das einzig krasse ist Dass du nicht die Glocke Bei mir aktiviert hast Wie kann man denn Nicht die Glocke aktiviert haben Brauchst du ein Tutorial Da dafür? Genau das sind die Sachen Wofür ich einfach Einfach YouTube Und auch vor allem Einfach Sascha feier Das sind so die Momente Wo du in deinem Schnittprogramm sitzt Und dir überlegst Wie mach ich die Scheiße jetzt Dass es möglichst beschissen ist Oh ja Es ist der Vierer-Splitscreen Jetzt wieder 5 bis 6 Videos Und dann 3 bis 12 Monate Pause Danke Sascha 5 bis 6 Videos Du meinst wohl eher 1 Weil nach dem Video heute ist Oh ja Baby What's the song? Und an Oh no 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 Wait on Hold on Hold on Meins wohl eher 1 Weil nach dem Video heute ist Und an Wie heißt der Song Leute? Free Bird Sehr sehr geil Feier ich sehr sehr geil An der Stelle bin ich mal wieder komplett raus Falls euch das Video gefallen hat Könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen Falls ihr zu Hause noch Tinder Chats Tinder Profile Oder sonstige Chats habt Dann sendet bitte diese Chats An diese E-Mail Adresse hier Kuss geht raus Und ich trau es mich kaum auszusprechen Aber falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt Könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenfo oder was Ein Abonnement Wür mich da lassen Ich würde sagen Dieses Outro hat man doch einfach vermisst Wir sehen uns im nächsten Video wieder Wenn es wieder heißt Zwei Sekunden im Hintergrund sieht Ihr dann schreibt Du warst im Stream zu sehen Weil ich für sehr gering Das heißt Oh Da haben wir einen Oldschooler mit am Start gehabt Meine Lieben Das haben wir nicht vergessen Im nächsten Video bitte für 10 Minuten Den Föhn einblenden Da wäre ich dir wirklich sehr sehr dankbar darüber Sascha Ja Ich freue mich Dass Sascha wieder back in der Activity ist Wahrscheinlich freuen sich die meisten auch darüber Dass ich wieder back in der Activity bin Oder Leute Sehr sehr geil Danke euch Freut mich Dass auch ihr mit von der Partie seid Von Sascha Kann es immer noch nicht glauben Dass man einfach unter dem Video Geld spenden kann Ich frage mich jetzt gerade Wie viele Leute das genutzt haben Hier hat einer 5 Euro gespendet Hier nochmal ein 5er Mal sehen ob dieser Kommentar Noch in 2050 Im Video erscheint Okay Hier hat einer ein 10er Einfaches Prinzip Digi Schachtelkippen ist gerettet Alles klar 599 für das Hobby Geh bitte wieder inaktiv Ja Perfekt Digga Das ist das neue Businessmodell Leute Nur mit dem kleinen aber feinen Unterschied Das bei mir Niemand donatet Aber es ist kein Problem Leute Ich bin es gewohnt Kein Geld zu haben In diesem Sinne She says that she loves me She just wants to fuck me Got me feeling something Got me feeling nothing Alcoholic junkie Said she thinks I'm funny Think I might get lucky Spending too much money I think I might get lucky